skandal 3 millionen bestands rentner sollen den pauschalen zuschlag bis 7,5 prozent erst im dezember 2025 berechnet und ausgezahlt bekommen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren es bahnt sich ein skandal aller erster sahne und güte bei der rentenversicherung an ich kann es nicht mehr anders sagen es ist schlicht und ergreifend eine frechheit was die deutsche rentenversicherung bund hier sich leistet im hinblick auf die informationspolitik gegenüber ihren millionenversicherten ich hatte heute früh heute vormittag ein beitrag veröffentlicht zum thema der möglicherweise der auszahlung der em bestands rentnerin für die em bestands rentnerin die ja bis zu 7,5 prozent mehr zuschlag bekommen sollen dass es da probleme gibt das habe ich veröffentlicht dieser beitrag wird auf youtube rege angeklickt und auch kommentiert und jetzt habe ich von einem besorgten bürger ein link bekommen von einer zeitschrift und zwar hier die unternehmen heute und die publiziert sozusagen mit einer überschrift rentenversicherung bei reform der erwerbsminderung im verzug jetzt halten sie sich hier fest die rentenversicherung kann die berechnung und zahlung der zuschläge nach dem im gesetz vorgesehenen verfahren erst im dezember 2025 leisten obwohl die deutsche rentenversicherung personelle aufstockungen veränderte priorisierung bei umzusetzen und vorhaben vorgenommen habe sei es ihr nicht möglich die zuschlags berechnung und die zahlungen in der gesetzlich vorgesehenen art und weise rechtzeitig vorzunehmen wir haben einen gesetzes entwurf ein gesetz was im juni 2022 durch den bundestag gegangen ist was auch im bundesrat bestätigt worden ist dort hatte man der gesetzlichen rentenversicherung zwei jahre zeit gegeben sich auf diese situation einzustellen meine damen und herren jetzt tritt natürlich genau das ein was schon was wir auch schon anfang januar vermutet haben da hatte ich schon das erste video zu dem thema getreten gedreht dass wir hier nicht nur dass wir hier nicht nur letzten endes eine verzögerung bis dezember 2024 haben nein jetzt ist es sogar die verzögerung bis dezember 2025 und huberto sei unser bundesarbeitsminister verspricht eine schnelle abhilfe er will hier sozusagen in einem zweistufigen verfahren die geplanten zuschläge wie versprochen zur jahresmitte auszahlen dazu gibt es einen entsprechenden gesetzesentwurf der koalitionsfraktion das quasi wie eine art formulierungshilfe erstellt worden ist darüber berichtet gerade das handelsblatt und jetzt soll es wohl so sein dass für die monate juli 2024 bis november 2025 soll der deutsche sollte sollte der post renten service die zuschläge nach einem vereinfachten verfahren berechnen auszahlen rente und zuschlag kommen dann zu unterschiedlichen terminen auf das konto erst im dezember 2025 wird daraus ein einzelner zahlbetrag weil der für die übergangsperiode provisorisch ermittelte zuschlag aber von dem wert abweichen kann kann es auch sein dass hier noch eventuelle nachzahlungen fällig werden ende des jahres 2025 muss die deutsche rentenversicherung das bieten meine damen und herren es wäre doch gar nicht schlimm wenn es so wäre warum warum sagt die deutsche rentenversicherung das einfach nicht ich hatte der rentenversicherung ein schreiben geschickt der grundsatz abteilung und habe die aufgefordert uns mitzuteilen was hier eigentlich los ist und wir haben von denen nichts bekommen und die deutsche rentenversicherung wird jetzt sozusagen über die hintertür wird sie gezwungen nämlich genau das jetzt zu offenbaren was hier eigentlich los ist dass die rentnerinnen und rentner drei millionen sind es am stück nicht pünktlich wahrscheinlich nicht pünktlich ihre kohle bekommen denn kein mensch weiß ob das was hubertus heil jetzt vorhat als formulierungshilfe auch tatsächlich vom postrenten service dann im juli 2025 in dem sogenannten vereinfachten verfahren dann tatsächlich umgesetzt werden kann also ich finde das ist schon eine riesensauerei was die rentenversicherung sich hier erlaubt dass hier keine exakten informationen noch ausgegeben werden dass hier die menschen sozusagen im regen stehen gelassen werden das trägt auch wieder dazu bei dass die menschen in deutschland die rentnerinnen und rentner die davon betroffen sind extrem frustriert mich frustriert sowas letzten endes auch ich finde das überhaupt nicht gut dass sowas überhaupt möglich ist dass wir letzten endes über die hintertür solche informationen bekommen dass die geplanten gesetzgebungsverfahren die zwei jahre lang schon da sind nicht rechtzeitig umgesetzt werden können und dass wir auch wenn wir nachfragen von der rentenversicherung keinerlei informationen erhalten das ist gelinde gesagt eine frechheit und auch ein skandal so kann man mit gesetzlich rentenversicherten menschen in deutschland einfach nicht umgehen ich bin also wirklich stinksauer wütend auch freue mich aber trotzdem dass sie hier die entsprechende informationen bekommen ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel